Die 20 besten Kartenspiele aller Zeiten. Wir haben wieder eine Top-Liste. Ab geht's. Ja, ich bin natürlich wieder sehr aufgeregt, weil wir haben ja unsere Community befragt. Und die hat abgestimmt, was sind denn wirklich die besten Kartenspiele aller Zeiten. Und in altbewährter Manier weiß ich wieder nix. Du hast die Liste. Und ich versuch mal irgendwie zu eruieren und zu erraten, was denn da alles so drauf ist. Los geht's mit einem sehr kleinen Kartenspiel. Ist ein recht neuer Jahrgang und hat, finde ich, ein total originelles süßes Artwork. Wir sind in einer Unterwasserwelt. Und die Illustrationen der Fische, der Muscheln, der Krebse sind in so einem Origami-Stil. Ach Gott, ich hab jetzt die ganze Zeit überlegt, was könnte das denn jetzt sein? Aber Origami hat's verraten. Sea Salt & Paper. Finde ich gut, dass das noch mit reingekommen ist. Jo. Schönes kleines Kartenspiel. Immer kleine, witzige Entscheidungen. Man sammelt Karten, versucht die im richtigen Moment auszuspielen, coole Effekte zu machen. Und das Besondere ist noch der Twist, dass man selber so ein bisschen entscheidet, Push-Luck betreibt, zu sagen, okay, ich beende jetzt, um Punkte zu sichern. Oder ich poker noch ein bisschen. Und ihr habt noch eine Runde mehr, ich nicht. Und wenn das klappt, kriege ich noch einen kleinen Bonus mit drauf. Ja. Finde ich interessant. Mal gespannt wäre ich, wenn wir das in fünf Jahren nochmal machen, ob das Spiel dann auch nochmal drauf ist. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein aktueller Abriss, weil es momentan sehr, sehr beliebt ist. Bin sehr gespannt, wie so die Langlebigkeit des Spiels ist. Aber mir gefällt es auch sehr gut. Weiter geht's auf jeden Fall mit einem Spiel, was langlebiger schon dabei ist. Es hat auch ein paar Ableger bekommen. Und zwar eine Würfelvariante und auch ein größeres Brettspiel. Und wir sind im Weltraum unterwegs. Und ich weiß auch, dass du es vor vielen Jahren rauf und runter gespielt hast. Machen wir da ein Wettrennen. Oh ja. Durch die Galaxie. Um die Galaxie. Ja. Also Race for the Galaxy. Das freut mich natürlich sehr, dass das da noch mit drin ist. Weil ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Ableger, wie Roll for the Galaxy und so, dass sie ein bisschen den Rang abgelaufen haben. Aber ich habe immer dieses Originalkartenspiel eigentlich am besten gefunden. Weil man sozusagen immer eine Hand voll Karten hat und überlegen muss, was mache ich denn irgendwie damit? Will ich die ausspielen als Entwicklungen und Planeten und so? Will ich sie quasi als Güter verwenden oder als Bezahlungsmittel? Und wenn man die Regeln drauf hat, und man muss hier sagen, das ist nicht so banal, weil die Regel und die Ikonographie da schon etwas anspruchsvoller ist, dann spielt sich das extremst schnell runter. Also da ist so eine Partie in 20 Minuten gespielt und du willst sofort mehr. Finde ich cool, ist ja fast schon ein Klassiker. Und das freut mich, dass es nicht in Vergessenheit geraten ist. Absolut. Der Autor hat mal auf der Game Developers Conference einen Talk dazu gehalten, was ja eigentlich so für Videospieler ist, wie das designt hat und wie viele spannende Entscheidungen für den Spieler er dort eingepackt hat. Also das fand ich sehr spannend. Weiter geht's mit einem Spiel, das würde auch meine Schwiegereltern freuen. Mit denen habe ich es auch schon gespielt und das erfreut sie sehr. Ist auch wieder ein sehr leichtes, einfaches Kartenspiel, wo wir Punkte sammeln und bei jeder Karte, wenn man die Entscheidung haben oder bei jedem Zug die Entscheidung haben, nehme ich mir wieder eine von diesen Punktekarten oder sammle ich ein bisschen Gemüse ein, um die dann zu erfüllen. Ja. Gut. Punktesalat. Das Spiel mit dem integrierten Wortspiel. Ja, ich habe es schon länger als nicht mehr gespielt. Ich fand es aber damals auch sehr, sehr charmant, dass man immer überlegen musste, quasi will ich jetzt eher das sammeln, mit dem ich Punkte mache oder will ich die Karten holen, die mir dann die Punkte geben. Und das ist irgendwie so mal so ein abwechselnder Hin- und Her-Tausch. Und es ist halt wirklich ein sehr, sehr zugängliches Spiel. Also da hast du die Regeln gleich erklärt. Wundert mich nicht, dass deine Schwiegereltern da am Start sind. Und ich bin auch sehr gespannt. Da kommt ja jetzt dann noch Punktestadt als Fortsetzung. Da funktioniert das Wortspiel dann nicht mehr so, weil in der Punktestadt war ich jetzt persönlich noch nicht. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es das unbedingt braucht, aber Punktesalat finde ich ein gutes Ding. Platz 17 ist ein absoluter Klassiker und ich glaube das erfolgreichste Spiel von Uwe Rosenberg. Und ja, der hat auch mal ganz kleine Kartenspiele gemacht vor vielen, vielen Jahren. Nein, Bonanza ist auf der Liste. Okay, das finde ich sehr witzig. Es war auch tatsächlich eines der ersten Spiele, die ich damals so, als ich so angefangen habe, mit King of Tokyo, Seven Wonders und so, habe ich auch mir sehr schnell Bonanza geholt, weil ich gehört habe, dass das so gut ist. Und das hat sich, finde ich, auch wirklich gut gehalten. Ich habe es letztens auch mal wieder gespielt. Und diese Idee, dass man quasi Karten auf der Hand sammelt, deren Reihenfolge man nicht ändern kann. Und man ist so gezwungen, das in der richtigen Reihenfolge zu machen, um dann diese Bohnen da anzupflanzen. Und also, was da alles irgendwie so drin steckt, das fand ich wirklich sehr, sehr clever. Und das funktioniert heute auch immer noch gut. Ich habe allerdings tatsächlich nur das Grundspiel gespielt mit, weil da gibt es ja 6428 Erweiterungen mit lauter coolen Wortspielen im Titel. Die müsste ich mir eigentlich deswegen schon kaufen. Aber ich bin da nicht zu deep in die Bonanza-Welt eingestiegen. Ich weiß nicht, wie du das da gehandhabt hast. Nee, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern. Ich glaube, ich habe es irgendwann mal gespielt. Schon lange her. Muss mal nachgeholt werden. Oh, ich bin mir sicher, über diesen Platz werden sich jetzt einige aufregen, weil es bestimmt für ganz, ganz viele der Platz eins hätte eigentlich sein müssen, weil es so ein Meilenstein in der Geschichte von Kartenspielen war und ein ganzes Genre neu geschaffen hat, nämlich der Sammelkartenspiele. und es sozusagen eines der ersten war, die so Booster in die Welt gebracht haben und es ein Spiel ist, was sich in dieser Kategorie immer noch eigentlich um größte Beliebtheit freut. Auch wenn es völlig unmöglich ist, da irgendwie noch jetzt als Nicht-Kenner irgendwie mit groß einzusteigen, weil es eine unglaublich große Welt ist mit vielen, vielen Karten. Ich kann für alle, die sich jetzt gerade aufregen, dass es so weit unten ist, noch einen draufsetzen. Ich habe das Spiel noch nie gespielt. Also ich bin ein absoluter Magic-Gathering-Frischling. Ich habe damals, als diese Karten rauskamen, habe ich mir auch so Booster gekauft, einfach um die Karten zu sammeln. Ich habe es aber nie gespielt. Und seit zwei, drei Jahren denke ich mir so, irgendeiner muss mich doch mal einweisen in diese Welt. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Da gibt es ja irgendwie so Commander-Decks oder so, wo man dann irgendwie relativ schnell losspielen kann. Ich habe auch schon mehrere Angebote gekriegt und dann hat es aber irgendwie nie funktioniert. Ich glaube aber, es ist auch irgendwie, der Zug ist abgefahren. Also um da so richtig einzusteigen, ist es zu spät. Aber es ist halt einfach wirklich ein absoluter Klassiker, ein wirklicher Meilenstein. Es ist ja ein Lifestyle-Spiel. Das geht ja über die Brettspielwelt hinaus. Also das ist ja so ein großes Ding. Das muss man, glaube ich, mal gespielt haben. Ja, das ist eine eigene Welt für sich. Und mit Sicherheit würden wir jetzt auch eine wieder sprechen, dass es irgendwie so schwer ist, da jetzt reinzukommen, wenn man irgendwie nicht dabei ist, weil es da so viel gibt. Ja, da gibt es ja auch wechselnde Editionen und die versuchen immer wieder da irgendwie so Starter-Decks oder Startmöglichkeiten reinzubringen. Ich habe mal ein Video gesehen, wo der erklärt hat, warum es für Neulinge so schwer ist, eigentlich in diese Welt zu kommen. Es gibt ja sehr viel. Und ja, ich weiß auch, wenn man will, kommt man da auch rein. Und es gibt ja auch eine digitale Umsetzung, die da sehr beliebt ist. So, jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Es geht auch um ein Zwei-Personen-Spiel. Auf jeden Fall in einer neueren Natur. Und es ist eins der wenigen Zwei-Personen-Stichspiele, die sogar sehr gut funktionieren. Jacket vs. Hyde wird es wahrscheinlich sein. Und jetzt haben alle Magic-The-Gathering-Fans wahrscheinlich wirklich einen Herzinfarkt bekommen, weil sie sagen, was, das soll besser sein? Ich meine, das ist natürlich auch immer nur ein Abriss unserer Community. Und es ist halt ein gutes Spiel. Und die Originalität, dass es ein Stichspiel ist für zwei Leute, was halt auch wirklich funktioniert. Und wo wirklich taktische Tiefe drin ist. Und dann auch noch in so einer schönen Verpackung mit einem coolen Thema und so. Das hat mich persönlich auch angesprochen. Und es ist deutlich günstiger, als ein Booster-Pack nach dem anderen aufzureißen. Oh ja. So, beim nächsten Spiel kann ich dir gar nicht so viel zu sagen, weil es auch eine Bildungslücke bei mir ist. Ich weiß, das ist ein absoluter Klassiker. Bei Migu rausgekommen und den einzigen Tipp, den ich dir geben kann, da ist ein Stier auf der Packung. Ein abstrahiert illustrierter Kopf von einem Stier. Dann ist es wahrscheinlich Sechs nimmt a.k.a. Hornochsen, ne? Ja. Also ich habe das gespielt. Und da würde ich dir auch anraten, das unbedingt mal nachzuholen, weil es funktioniert auch in größerer Runde. Und das ist ein sehr, sehr schönes Spiel mit einem coolen Ärgerfaktor. Und ja, also im Endeffekt geht es darum, dass man Karten ausspielt. Und da muss man überlegen, wo man was anlegt und wann ist quasi eine Reihe gebastelt. Und am Ende, man möchte halt Karten nicht sammeln, weil da sind eben Hornochsen drauf und die möchte man nicht. Also man kann da die Leute ein bisschen zur Weißglut bringen, aber die Runden sind kurz und da spielt man meistens mehrere. Wenn wir wieder mal zusammenkommen, dann machen wir mal so einen als Filler, spielen wir das mal. Das gefällt dir, glaube ich, auch. In so einer Liste darf natürlich auch so ein recht klassisches Stichspiel nicht fehlen. Und viele würden natürlich als erstes irgendwas schreien mit einem Zauberer. Aber diesmal hat es die Variante mit Piraten geschafft. Also Skull King ist schon so ein Klassiker. Ich habe jetzt irgendwie Skars oder Schafkopf oder Doppelkopf erwartet. Interessant. Also wenn du jetzt sagst, Skull King ist dabei, dann ist wahrscheinlich Wizard nicht dabei. Oder kommt es noch? Ich bleibe mal irgendwie noch in der erwartenden, gespannten Haltung. Ja, das ist natürlich ein nettes Ding. Ja, also es ist wirklich ein einfaches Stichspiel, wo aber ein paar Sonderkarten mit drin sind, wo man noch ein bisschen Würze reinbringt. Die Leute spielen es, glaube ich, auch deswegen gerne, weil sie immer Yo-Ho-Ho sagen zwischendurch. Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein kleines Ding, das kann jeder in der Spielesammlung haben. Und also ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, aber ich weiß, dass es unfassbar viele Leute gibt, die das toll finden. Und ja, jetzt schauen wir nur noch, ob Wizard noch kommt oder ob das es abgelöst hat. Nee. Wizard hat es knapp auf die 21 geschafft und wurde eher von Skull King jetzt hier vertreten. Das sind ja zwei sehr ähnliche Spiele. Dieser Platz, der freut mich jetzt ganz besonders, weil es ein Kennerspiel ist, was ich sehr gerne mag. Hat, glaube ich, bei der Top 50, ist in meine Top 20 geschafft. Du nickst schon, weil du es weißt. Es ist ein Engine Builder, wo es erstmal im Drafting darum geht, zehn Karten zu bekommen, die besonders gut harmonieren. Und dann gibt es ein Wettrennen um zehn Siegpunkte. Ja. Du hast es ja schon so oft erwähnt, Res Arcana. Was ich auch rein spielmechanisch wirklich toll finde, weil man irgendwie so viele Entscheidungen am Anfang schon trifft. Da muss man eben halt gucken, seine Engine ins Laufen zu bringen. Und ich mag es halt auch, weil das so ein Wettrennen ist. Und es geht wirklich darum, möglichst schnell auf diese Siegpunkte zu kommen. Ich habe das tatsächlich viel weniger gespielt, als ich es gerne spielen würde. Und ich kenne auch noch nicht diese ganzen Erweiterungen. Ich glaube, zwei gibt es mittlerweile, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Das werde ich mir jetzt gleich mal auf die Liste schreiben. Das kommt wieder auf den Tisch. Das nächste Spiel ist eines der ersten Spiele, die ich auch mit so im Regal hatte. Ein kleines Kartenspiel, wo so ein bisschen Push for Luck drin ist. Und wir sind auch wieder im Piraten-Setting. Und es wurde vor kurzem bei Pegasus nochmal in der Big Box neu aufgelegt. Es ist von dem guten alten Alexander Pfister. Mhm. Ja. Der hat, glaube ich, damals irgendwie für dieses Spiel oder im Vorgang hat er, glaube ich, irgendeinen Nachwuchspreis auch gewonnen. Also Port Royale. Ähm. Meinst du sicherlich? Ich habe die Big Box nicht. Ich habe noch eine total abgeranzte Originalkopie. Die haben wir so rauf und runter gespielt damals. Ähm. Dieser Push for Luck Aspekt funktioniert hier echt gut. Wo man wirklich immer gucken muss, dass man Piratenschiffe aufdeckt. Und dann dürfen die aber irgendwie nicht bestimmte Farben haben. Und dann geht es darum, irgendwie sich neue Charaktere zu holen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Wettrennen. Und in welche Richtung geht man denn da eigentlich? Ähm. Es ist ein super Ding. Also auch da denke ich mir gerade wieder, viel zu selten auf den Tisch. Also das würde ich eigentlich immer wieder mal spielen. Und ich weiß nicht, ob meine, ich sehe meine Kopie von hier aus, ob die das noch hält oder ob die dann schon auseinanderfällt. Zur Not muss ich mir dann doch mal die Big Box noch irgendwann holen. Die 10 ist auf jeden Fall auch ein Spiel für jede Sammlung. Das funktioniert nämlich immer. Ist total leicht erklärt. Und es gibt verschiedene Varianten davon. Ähm. Es geht um einen Liebesbrief. Und es gibt das auch ganze im Kulturuniversum. Es gibt das im Star Wars Universum. Und ich glaube, wer das nicht gespielt hat, muss das unbedingt mal ausprobieren. Ja. Ich mag ja die Cthulhu-Version. Aber die Originalversion von Love Letter ist natürlich auch großartig. Das ist auch eines von diesen Spielen. Ich glaube, das kam auch 2012 raus. Ähm. Das hat ja damals so einen richtigen Micro-Games-Trend drauf beschworen. Weil das sind ja nur 16 Karten, glaube ich. Ähm. Und du hast immer nur zwei Karten auf der Hand. Und da sind Charaktere drauf. Und eine von denen spielst du. Also du hast quasi eigentlich nur eine Karte. Und dann ziehst du eine nach. Und dann kannst du ja zwischen zwei Optionen überlegen, was du machst. Und es geht im Endeffekt darum, die anderen Spiele alle raus zu kegeln. Oder wenn mehrere übrig bleiben am Ende, halt die höchste Karte auf der Hand zu haben, die halt die schwächste Fähigkeit hat, die Prinzessin. Dass da irgendwie ein Liebesbrief von Baron zu König gereicht wird, das fühlt man jetzt nicht so. Aber das Spiel an sich ist echt fluffig, weil die einzelne Runde dauert halt nur ein, zwei Minuten. Und ja, dass es da so viele verschiedene Varianten gibt, finde ich auch cool. Weil da nicht nur thematisch die Leute abgeholt werden, sondern da sind auch immer wieder so kleine Extra-Kniffe noch mit dabei. Und da findet halt jeder auch, glaube ich, die Variante, die am meisten Spaß macht. Also wie gesagt, dieses Cthulhu-Ding ist mein Favorit. Weiter geht's mit einem deutlich größeren Spiel. Ein Spiel, was es schon lange auf Englisch gab und dann ein bisschen was gebraucht hat, bis es seinen Weg auf Deutsch gefunden hat. Definitiv auch ein Deckbauspiel, wo wir jeder so ein cooler Magier sind und es darum geht, so epische Bosse zu besiegen. Wir fangen sehr schwach an, müssen uns immer weiter ausrüsten und unsere Rifte mit coolen Fähigkeiten ausrüsten, um diese Bosse zu besiegen. Und du bist völlig lost. Was ist, wenn ich sage, es ist ein Deckbau-Boss-Boss-Battler? Da fällt mir immer nur Eons End ein. Ja, das ist dabei. Tatsächlich, das hätte ich jetzt irgendwie gar nicht so als Kartenspiel verbucht. Aber es stimmt, das ist ja eigentlich ein Kartenspiel. Ein paar kleine Pappmarker sind noch dabei und so. Aber irgendwie, das mutet schon irgendwie eher wie so ein richtig großes, dickes Brettspiel an. Habe es schon längere Zeit nicht mehr gespielt, hat mich aber damals wirklich sehr, sehr begeistert. Und da gibt es ja mittlerweile auch schon so viel Stuff, dass man da so viel kombinieren kann. Das könnte wahrscheinlich jeden Tag spielen und würde eine andere Variante irgendwie da auf den Tisch bringen. Also ja, mechanisch sehr, sehr gut. Ich finde, das macht irgendwie auch so Deckbuilding-mäßig vieles anders und richtiger, als man es irgendwie so von klassischen Deckbuilding-Spielen gewohnt ist. Also auf alle Fälle auch ein sehr gutes Spiel und zu Recht auf der Liste. Marvel ist ja seit Jahren schon ein sehr beliebtes Thema. Und da gab es vor kurzem auch wieder ein großes Spiel, wo wir nach und da weitere Superhelden in diesem Universum spielen können, coole Decks zusammenbauen, um dann bestimmte Schurken niederzumachen. Ein sehr offenes System, funktioniert super zu zweit, aber auch Solo kann man das schön spielen. Ein paar Szenarien gibt es dort, wo man versucht, als Superheld irgendwelche Superschurken aufzuhalten. Ja, Marvel Champions, da bist du natürlich der größere Experte. Ich habe das ein paar Mal gespielt und ich finde, dass das mechanisch echt sehr, sehr gut funktioniert. Ich nehme immer wieder wahr, wie gefühlt alle paar Wochen was Neues rauskommt dazu. Und dann denkt man sich so, ah cool, jetzt ist irgendwie der Charakter auch dabei. Ich bin jetzt nicht so super investiert in dieses ganze Marvel-Superhelden-Thema. Deswegen habe ich da reingeschnuppert, aber habe das irgendwie jetzt nicht groß mir angeschafft. Aber ich kann auch sagen, dass das ein gutes Spiel ist auf jeden Fall. Absolut. Ich habe auch ein paar Partien gespielt, verschiedene Helden mir angeschaut. Mechanisch alles toll, was man auch entdecken kann. Und immer überlegt, okay, ein Iron Man, der muss halt erstmal seine Rüstung zusammenstellen, bevor der richtig gut wird. Total clever mechanisch designt, aber mir ging es auch so, dass da zu schnell zu viele Pakete plötzlich auf dem Weg waren, dass man das Gefühl hatte, okay, das ist hier LCG-Politik, wo man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll zu spielen, weil es einfach so viel an den Hallen ist. Auf der 7 ist ein Spiel für Leute, die Bock haben auf dieses 1-gegen-1-Karten-Game-Feeling, aber überhaupt keine Lust haben auf Deckbau. Also man haut einfach einen Stapel von Karten auf den Tisch, jeder zieht davon Welte und dann geht es direkt los. Und damit das nicht sich so super unfair anfühlt, hat jeder Spieler so zweimal die Möglichkeit, einfach eine Karte zu klauen vom Gegner, nachdem er sie ausgespielt hat. Mann, das stand ich aber lange auf dem Schlauch. Mindbug, das Spiel für die Hosentasche. Ja, sehr, sehr cleveres Ding. Ich mag das Spiel sehr gerne, weil es eben tatsächlich eben dieses ganze Deckbauen und so weiter rauslässt, sondern du teilst einfach Karten aus und kannst losspielen. Und dieses Balancing passiert dadurch, dass man mit seinen Mindbugs eben die Karten des anderen klauen kann. Abgesehen davon, dass da auch noch mehr taktische Tiefe reinkommt. Also das ist wirklich so clever gemacht, dass man seinen Hut ziehen muss davor. Ist ein gutes Ding, kommt bei mir auch oft in Urlaub mit, weil das ist sehr schnell erklärt und sehr schnell gespielt. Und ja, zu Recht auch auf Platz, was muss ich mal? Sieben? Ja, da gehört es hin. Auf der Sieben, genau. Ja, weil es auch vom Einstieg total leicht ist. Also da gibt es nicht so viele Regeln. Man muss so ein paar Keywords lernen und dann kann man direkt loslegen. Und jedes Mal immer kribbelig. Man steht immer vor der Entscheidung, okay, wenn ich jetzt diese Karte spiele und er sie mir wegnimmt, hätte ich dann noch eine Antwort darauf. Ja, da ist ein bisschen Mindgames dabei. So, die 6 ist ein Spiel, was wieder deutlich größer ist, wo es x-orbitant viele Erweiterungen gibt und was den Deckbau so salonfähig gemacht hat. Salonfähig gemacht? Ist es Dominion? Ja. Da würde ich ja fast sagen, es hat den Deckbau überhaupt erst eingeführt. Also wenn wir Deckbau als das bezeichnen, dass wir innerhalb des Spiels ein Deck bauen. Ich habe mir ja sagen lassen, das andere nennt man Deck-Construction, wenn man das Deck schon vorher an den Tisch bringt. Ja, das ist natürlich ein absoluter All-Time-Classic. Ich habe das auch damals, als ich eingestiegen bin, rauf und runter gespielt. Das spielt sich ja auch so schnell weg. Es ist halt wirklich Deck-Building in Reinform. Es geht wirklich nur darum, Karten zu kaufen, um ganz schnell ein Deck zu optimieren, was möglichst gut funktioniert und dir schnell Siegpunkte bringt. Ich bin gar nicht in all die, wie viel gibt es mittlerweile 10, 11, 12 Erweiterungen eingestiegen. Ich habe ein paar ausprobiert. Ich finde es cool, was sie da Unterschiedliches gemacht haben und in welche Richtung man das alles entwickeln kann, dieses System. Ich finde aber das Basisspiel, da gibt es ja zwei verschiedene von. Ich habe das Intrigen-Dings damals gehabt. Das bietet aber auch eigentlich schon genug, dass man da sehr viel Spaß mit haben kann. Ja. Ich finde auch sehr spannend, dass man hier mal in Erwägung ziehen muss, okay, ab wann fange ich an, mir diese Siegpunktkarten ins Deck zu kaufen, weil sie ja potenziell das Deck auch verstopfen. Und ich habe ganz bewusst nicht erfunden gesagt, weil ich nämlich weiß, jeder, der das im Video erwähnt, kriegt dann immer x Kommentare drunter und dann kommen immer irgendwie ein, zwei Spiele genannt, die nämlich noch vorher dran waren. Ja, es ist wohl nicht der Erfinder des Deckbaus. Richtig würzig geht es auf jeden Fall auf der Fünf weiter. Es gibt... Ich kann dir das schon sagen. Ich weiß es schon. Ja, du weißt es auch so schon. Auf jeden Fall ein Bluff-Spiel, wo man gut aufpassen muss und viel bei gelacht wird. Ja, großartig. Richtig würzig geht es weiter, das fand ich jetzt irgendwie sehr schön. Ja, Spicy ist super, das hatte ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ist natürlich ein hervorragendes Kartenspiel, weil dieses Bluff-Element so gut funktioniert. Also, man legt halt immer verdeckt Karten auf den Stapel und es gibt drei verschiedene Suits, also drei verschiedene Gewürze und dann muss man quasi immer die Karte des Vordermanns überbieten und natürlich kann man das gar nicht immer und das ist halt quasi wie bei diesem klassischen Lügenprinzip mit Würfeln, dass irgendeiner dann sagt so, ja, Moment mal, das ist doch keine Acht Chili, aber dann muss man eben halt sagen, was es nicht ist, es ist keine Acht oder es ist keine Chili und da hat man eben auch wieder Spielraum, sodass derjenige, der die Karte gelegt hat und eben keine Passen hat, trotzdem noch verschiedene Outs hat zu blöffen und da ist wirklich immer sehr, sehr viel Spaß am Tisch, weil man halt dann oft Sachen durchgehen lässt, die man hätte nicht durchgehen lassen sollen oder eben halt dann genau in dem Moment anzweifelt, wo dann jemand doch die richtige Karte gelegt hat. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Das nächste Spiel ist auf jeden Fall viel, viel, viel thematischer, vielleicht das thematischste Spiel dieser Liste. Es ist ein Living-Card-Game und wir sind im Cthulhu-Universum unterwegs. Ja, da kann es natürlich nur eins geben und zwar das Arkham Horror LCG, was ich ja auch absolut liebe. Das finde ich sehr interessant. Auch da würde man so intuitiv sagen, ja, ist ja auch ein Kartenspiel, aber das fühlt sich auch halt viel epischer an. Also da sieht man auch mal, was Kartenspiel, was für die Bandbreite das auch ist, weil hier spielt man ja wirklich eine ganze Kampagne mit verschiedenen Szenarien. Man hat ein eigenes Deck, wo der Ermittler drin ist mit seinen Gegenständen und Fähigkeiten und Kontakten. Das entwickelt man im Laufe der Kampagne auch weiter und dann versucht man eben halt gegen das Böse ins Feld zu ziehen. Und da sind die einzelnen Szenarien auch alle mechanisch total unterschiedlich. Ganz, ganz viel zu entdecken. Man muss natürlich auch ganz, ganz viel investieren, wenn man sozusagen jeden Zyklus dann irgendwie sich auch holen möchte. Das muss man einfach dazu sagen. Und ich persönlich muss ja sagen, es gibt ja ein Living-Card-Game, was ich noch thematischer finde. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob das noch kommt oder ob das mittlerweile schon in Vergessenheit geraten ist. Wahrscheinlich schwierig, weil von dem, was du glaubst, ich kann sagen, es ist nicht mehr dabei, jemand nicht mehr so leicht drankommt. Es hat leider seine Zeit überlebt und es wäre schön, wenn sich da vielleicht noch mal jemand mit beschäftigt. Aber ich weiß, es gibt eine sehr aktive Community, die das versucht, noch irgendwie am Leben zu halten. Platz drei, Trommelwirbel bitte. Wir haben hier den Nachfolger von einem Kennerspiel des Jahres und es war eine sehr originelle Idee, weil nämlich hier das erste Mal versucht wurde, ein Stichspiel kooperativ umzusetzen. Ah, dann ist es die Crew und wenn es der Nachfolger ist, dann ist es Mission Tiefsee. Genau. Das ist aber sehr interessant. Hast du die Stimmen für die Crew eins und zwei nicht zusammengezählt, sondern quasi der Nachfolger hat tatsächlich irgendwie so viele Stimmen bekommen. Genau. Und was man auch sagen kann, das Treppchen, also Platz drei, hat fast doppelt so viele Punkte wie Platz vier. Und die oberen drei sind alle total eng beieinander. Das ist nur ein, zwei Punkte Unterschied. Das ist spannend. Also die Crew, ja, ich mag es auch sehr gerne, habe es auch schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Da ist halt wirklich das Charmante, dass man ein kooperatives Stichspiel hat und dann ist es eben halt nicht nur auch einmal so ein Mechanismenset und dann spielt man das runter, sondern das eben auch als so Kampagne mit verschiedenen Missionen designt, sodass man leicht reinkommt. Und dann wird es über, ich glaube, insgesamt 50 Missionen, wenn ich mich richtig erinnere, wird es halt immer anspruchsvoller und auch ein bisschen variantenreicher. Ich habe es nie durchgespielt. Ich glaube, ich habe so zwei Drittel der Missionen gesehen. Und ich muss sagen jetzt, wenn man sagt, die Mission Tiefsee hat die Platzierung gemacht, das ist auch richtig so, weil das Spiel ist tatsächlich in allen Belangen einfach nochmal ausgefeilter und variantenreicher. Trotzdem hat ja der Vorgänger das Kennerspiel gewonnen. Deswegen finde ich sehr interessant, dass das irgendwie so ganz runtergefallen ist. Aber ich glaube, alle, die die Crew mögen, haben wahrscheinlich dann einfach den zweiten Titel genannt, weil man den auch einfach als Einstieg gut empfehlen kann. Platz zwei freut mich auch sehr persönlich. Ist auch wieder ein sehr geniales, sehr einfaches Spiel mit total simplen Regeln, aber unglaublich krasser Tiefe. Und ich glaube, meine Frau würde auch ein bisschen dafür klatschen. Das ist großartig, ich kann es absolut empfehlen. Ja, ihr spielt das auch gerne im Urlaub im Bett, glaube ich, oder? Mir war schon klar, als du meintest, irgendwie dir gefällt es auch sehr gut. Und es war ja nur die Frage, auf welcher Platzierung da oben das dann kommen wird. Aber es sind natürlich fantastische Reiche. Und auch da wieder interessant, da gibt es ja auch mehrere Ableger davon, Star Trek-mäßig und auch Marvel-mäßig. Aber da ist offensichtlich das Original das, was das beliebteste ist, obwohl die vom System ja ähnlich sind. Das ist auch wieder sehr, sehr clever, weil man eben eine Hand hat aus einer bestimmten Menge an Karten. Und immer eine Karte zieht, eine ablegt und sich quasi versucht, auf der Hand das perfekte Set zu bauen. Weil alle Karten eben Fähigkeiten haben, die sich aufeinander beziehen. Und wenn eine bestimmte Menge an Sachen in der Auslage liegt, dann ist Schluss und dann wird einfach gezählt, wer hat die wertvollste Hand. Und das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Das funktioniert auch auf engem Raum, weil man gar nicht so viel Platz braucht dafür. Und es ist halt wirklich sehr variantenreich, weil man immer unterschiedliche Sachen ausprobieren kann. Je nachdem, was man auch so als Starthand so ausgeteilt bekommt und sich von da aus weiterentwickelt. Ich glaube, mir gefällt es nicht ganz so gut wie dir, aber es ist ein super Design. Marvel Remakes ist auch eine super Empfehlung. Es basiert total darauf, hat noch ein paar kleine Anpassungen, vielleicht auch einen Tick einfacher. Das kommt ja jetzt auch auf Deutsch auf der Spiel in Essen. So, was bleibt da noch übrig für die Eins? Ich habe keine Ahnung. Gebt mir einen Hinweis. Das ist auch sehr schwer. Ja, den kann ich dir gerne geben. Ich muss nur einen Hinweis geben. Ich glaube, dir wird es gleich wie Schuppen von den Augen fallen, weil wir haben sehr viel darüber geredet in der Vergangenheit, in den letzten Wochen und Monaten. Und der eine oder andere natürlich sagen wird, ach, jetzt ist das schon wieder hier Thema. Es hat ein Zirkus-Thema, aber das ist da eigentlich total irrelevant. Ach, jetzt ist das schon wieder Thema hier. Darüber haben wir doch schon so oft gesprochen. Aber das überrascht mich jetzt tatsächlich. Scout ist auf der Eins. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, dass das Spiel irgendwie sich so krasser Beliebtheit erfreut. Ja, es ist mechanisch, finde ich, funktioniert das super. Hat eben auch diesen Twist, dass wir auf der Hand ja im Endeffekt Sets sammeln von gleichen Karten oder Kartenstraßen, die wir dann ausspielen. Aber jede Karte hat sozusagen eine Ober- und eine Unterseite. Und wenn wir dann quasi die Sachen spielen, müssen wir immer den Vordermann überbieten. Und wenn wir das nicht können, dann können wir scouten und können uns Karten aus der Auslage halt rausnehmen vom Vordermann und die dann in eine der beiden Richtungen wieder bei sich reinstecken und so neue Kombinationen bilden. Das ist eines der wirklich cleversten Oink Games. Die kommen ja in einer sehr, sehr kleinen Schachtel, sind gut transportabel. Ich mag das auch sehr gerne. Trotzdem muss ich sagen, bin ich überrascht, dass es auf der Eins gelandet ist. Ja, ich glaube, das ist so ein Konsens-Ding. Also, das haben einfach sehr viele Leute gespielt und es hat vielen Leuten gut gefallen. Ich weiß nicht, ob es jeder auf die Eins gesetzt hätte, aber es wurde einfach extrem häufig genannt. Und deswegen hat es sich dann in der Summe da oben ein bisschen platziert. Auch wenn es nur ein Punkt vor Phantastische Reich ist. Nein, wirklich, war das so knapp am Ende. Ja. Das ist spannend. Cool. Jetzt bin ich gespannt, auf welche spannenden Listen habt ihr denn noch Bock? Schreibt die gerne in die Kommentare, das greifen wir auf. Und es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und freue mich auf die nächsten Videos. Bis bald. Bis dann, ciao.